Tja, wie ging es mir vor dem Coachingberg, Pietro, kann ich mich gar nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich kann einfach nur sagen, dass ich gefühlt wirklich ein anderer Mensch bin. Und dass es mich enorm dabei unterstützt, abzunehmen und persönliche und unternehmerische Ziele zu erreichen und konkreter, selbstbewusster zu werden im Bereich Dating, auch wenn das nicht wirklich aktuell ist, weil ich Gas gebe im Business, grundsätzlich wäre es aber viel besser möglich als noch vor dem Coaching. Bis dahin und vielen lieben Dank.